Ein verstrahltes Haudi-Volks bei Don Rico, 44 Zubult, 76. Da war auf Station. Cool, cool. Noch so ein paar Pistolen geschrottet. Kann ich lauten? Noise. Was noch ein Zettel? We support Queen Carter. Oh! Please don't stab other customers while they shop. Great. Chunk? Nein. Gas Mask? Oh. Wir unterstützen Queen Carter. Ui, das ist aber ein bisschen anders. Maske als ich hatte. Assault Gas Mask. Okay. 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 Das kann ich nicht tragiieren, solange du dort stimmst. Cream? Okay. Okay. Oh. Oh. Plans. Ui. wie... Tjaja? Okay. Mangel im creatfinale Holen Sie sich hier Ihre Sünder-Ausrüstung oder auch nicht wen können Sie das tun? Es ist gefährlich, allein zu gehen. Es ist gefährlich, in Gruppen zu gehen. Es ist gefährlich, überhaupt dort raus zu gehen. Der Roboter ist geil. Ja, mit dem kannst du nicht mehr tauschen. Also kaufen, ja. Mhm. Bitte beachten, möchte gern langen Finger werden durch Verlust für sagte Finger beschraubt. Oh, Munitionsautomat. Mhm, musst aber kaufen. Mhm. Du musst hier alles zusammenlauten und das nirgends wieder in die Kiste. Mhm. Mhm. Warte, wie wir den cynischen Vorräten... Mhm. Und brauchst du da, wenn ich sitze? Oh, scheisse. Mhm. 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 Ich wollte nicht hinhocken. Hinhocken. Mhm. Hinsitzen. Mein deutsches wäre gut. Also wenn wir schnell in die Richtung... Da könnte ich noch das eine Ding machen. Findet ihr den nächsten Tagebucheintrag in Sutton? Wenn wir schon hier in der Nähe sind. Ja, kommen wir. Kannst du voraus? Ich müsste auch irgendwo hier unten sein. 85 Meter in diese Richtung. Öh. Äh. Wollen wir halt draussen rum? Ja. Ich denke, du bist nicht hinter mir. Nein. Moment, ich muss schnell... In die Settings... Ups. Heavy lag. Achso. Schön, dass ich die Musik gerne leisliger mache, aber das Radio hat die eigene Einstellung. Ja. Bist du bei mir? Ja, nein. Ich bin jetzt aber eigentlich. Ich bin schon weiter. Ja. Suche zu sein. Oh, was? Tentat suche zu sein. Oh. Nein. Was? Nein. 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 Willst du da nicht rein? Nein, ich bin eigentlich richtig da, wo ich jetzt bin. Nehmen. Abgeschlagen für den nächsten Tagebuch-Eintrag. Ja, Newcocooner. Hört ihr den zweiten Eintrag des Tagebuchs der Aufsäherin an? Aber pfff. Müssen wir auch eben zurück ein Püfel werden. Also das Satten da habe ich eigentlich gemacht. Habe ich das schon mal gemacht? Wieso hast du das, was du genommen hast, das Tape nicht gelassen? Hast du kein Tape? Also ich habe nichts gehört. Ich musste dort an den Computer gehen. Oh, da oben. Was da oben? An so einem Computer. Bist du oben? Ja da. Da hat es ein Computer auf dem Tisch. Hier war ein Holotape drin. Aha, okay. Das habe ich auch nicht angeschaut. Ah, okay. Äh, nein. Karte. Äh, nein. Nein. Wann hat es gemacht? Nein. So, Holos. Was ist das? Nicht mehr. Oh, da. Jetzt nicht mehr. Äh, was war das? Aufseher-Lock? Blablabla. Aufseher-Lockbuch. Oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mond, auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstorfen, indem ich ihnen davon bericht. Äh, okay. Hallo, Papa. Hauptsache, ich küsse sie auf dem Bett. Aber sie stossen sie weg. Hey, lass jetzt mal etwas ab. Aber keine Ahnung, ob das das ist. Nein. Was wäre? Wird man wieder krank, wenn man irgendwo hinliegt? Papa. Du hast recht, was das Leben unter der Erde ist. Nein. Es geht schon. Was ist das? Brätbuchs. Hm. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dem mitbekommen, was du und Mama mir immer gesagt haben. Hm. Was ist im Keller? Uh. Dammit. Ah. Rezept Blumen. Rausblumen aufguss. Lese ich. Was? Jetzt habe ich ein Rezept genommen. Der Safe knackt. Uh. Ja, hast du ihn? Wow. Ja. Oh, ist das Comic. Gar nicht. Kann ich jetzt auch zugreifen? Ich weiss nicht. Äh, wo bist du? Ah nein. Mal. Im Keller unten. Forkenkskert. Vault 76. Es ist deine Aufgabe, dass du vorsichtig reviewierst deine Vault-Tec-provideen Filme jährlich, um vollständig vorbereiten für den Tag, wenn ... ...